Ja, heute habe ich den Christian Berger hier bei mir für ein Gespräch für die Serie Bildung im Wandel. Ich freue mich sehr, dass du es möglich gemacht hast zu kommen, weil ich dich von Anfang an auf meiner inneren Liste hatte, dass ich dich gerne dabei haben wollte. Und ich kann dir natürlich nicht dieselben Fragen stellen wie den Erwachsenen, die schon viele Jahre im System verbracht haben. Mir geht es einfach darum, dass du von deinen Erfahrungen berichtest. Wenn du mal so zurückschaust, wie war für dich Schule als Erlebnis am Beginn? Wolltest du überhaupt in die Schule? Hast du dich darauf gefreut? Ja, am Anfang, also ich wurde ursprünglich mit sechs Jahren eingeschult. Da bin ich weinend aus dem Schulraum rausgerannt, weil ich noch nicht, ich glaube, ich war damals noch nicht bereit für die Schule, würde ich behaupten. Und mit sieben bin ich dann gegangen. Die ersten fünf Jahre, glaube ich, waren für mich eigentlich ganz schön, auch ich als Legastheniker. Ich war auf einer Waldorfschule und war noch relativ entspannt und ja, ich konnte gut mithalten und so mit dem System. Aber dann ab der sechsten Klasse wurde es, dann wurden die Fäden hart angezogen und man musste richtig powern und man, in der Waldorfschule gibt es, äh, DIN A3 Hefte, die sind relativ groß und so. Und, ähm, da musste man dann immer ein ganzes Heft voll, also eine ganze Seite voll schreiben mit Sachen und ich bin kein Schreibexperte, also ich schreibe nicht gut, ich lese auch nicht so gut, weil ich Legastheniker eben bin. Und, ähm, ja, ab da hat's, wurde es dann immer, ich bin heimgekommen, hab eigentlich bis abends um sechs Hausaufgaben gemacht. Und, ähm, ja, anfänglich ging's noch, da hab ich dann immer noch geschafft, irgendwann mich mit einem Freund oder so zu treffen und so. Aber dann irgendwann im Laufe der Zeit hab ich einfach nicht mehr geschafft, dann hatte ich noch Hobbys und so. Ich tanze Ballett und, ähm, bin dann immer, ich hatte damals um halb sieben Ballett, also hatte ich bis sechs Uhr Hausaufgaben gemacht, eine halbe Stunde Pause, hab grad Luft geholt und dann ging's gleich weiter. Ballett hat mir Spaß gemacht, deshalb war das kein Problem, aber, so, von der Freizeit hatte ich leider nicht mehr viel Freizeit ab der sechsten Klasse und das fand ich ein bisschen schade und dann. Das ist mild ausgedrückt. Ja, ja, das ist mild ausgedrückt, das ist wahr, aber dann irgendwann hab ich's auch nicht mehr geschafft, dann bin ich gegangen von der Schule. Ich hatte auch wahrscheinlich das Pech, eine schlechte Lehrerin zu haben, deshalb, die nicht so wirklich, also ich hab ihr mein Problem erzählt, dass ich Legastheniker bin und auch eigentlich ein bisschen Rücksicht auf mich bräuchte, also nicht, dass, wenn wir, wir haben Tests geschrieben und so und dann hatte ich immer dieselbe Zeit von den anderen und ich war grad mal mit zwei Seiten von vier durch und weil ich halt, es war meistens, mussten wir halt lesen und ich war halt eine, ehrlich gesagt, eine Niete in Lesen. Ich konnte nicht gut lesen und, ähm, immer noch hab ich Schwierigkeiten und, ähm, ja, und dann hatte ich halt nie ein bisschen mehr Zeit, so, wo man sagen würde, eigentlich macht der quasi vom Denken jetzt doppelt wie die anderen, weil den anderen fällt es einfach leicht zu lesen und so und, ja, es war ein bisschen schade, dass man da, dass meine Lehrer nicht Rücksicht nehmen wollte auf mich und wir hatten, ich hatte viele Schulkameraden, die dasselbe Problem hatten und so, also ich fand ich der Einzige, wo man sagen würde, okay, wegen einem macht man das nicht, aber, ja, und dann irgendwann hab ich gesagt, okay, wenn sie mir nicht einen Schritt entgegenkommt, kann ich auch nicht weiter, dann bin ich gegangen und war dann eine Zeit lang auf Schulsuche und, ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dass du sagst, dass du mit sechs Jahren, man sagt ja noch nicht schulreif warst, im Grunde genommen, ähm, das kann ich nur allen Eltern ans Herz legen, ich hab das bei unserem eigenen Sohn erlebt, der hatte das Glück, dass er sechseinhalb war, als er eingeschult wurde, übrigens auch in der Waldorfschule, was er selbst entschieden hat mit sechs Jahren, was ich eine Herausforderung fand, der Studienrätin, und zwar die richtige Entscheidung für ihn, ähm, das nur nebenbei bemerkt, ich hatte ein paar Wochen, bevor er sechseinhalb war, das Gefühl, der ist überhaupt noch nicht schulreif, das ist noch so ein, ja, der ist einfach noch nicht so weit, und dann war so zwei Wochen vor der Einschulung, hatte ich das Gefühl, jetzt ist er bereit, und, ähm, ich kann nur alle Eltern ermutigen, da ihrem Gefühl zu folgen, nur weil das jetzt, weil sozusagen die Schulbehörde oder was ich festgelegt habe, dann kommt ein Kind in die Schule, das muss noch lange nicht heißen, dass das Kind wirklich schulreif ist, und er ist es dann so beschäftigt mit seinen Ängsten, und dass es noch nicht wirklich bereit ist, dass es gar nicht viel aufnehmen kann, und das ist dann wirklich nicht der beste Start in einem Schulleben. Ja. Also das fand ich gut, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, ähm, ich muss die Lehrerin, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich ja selber Lehrerin war, ähm, ich denke, dass für viele, je nachdem wie alt die Lehrerin auch war, äh, Legasthenie noch nicht so, ähm, also die haben ja keine Ausbildung dafür, wenn man damit umgeht, sie haben bestimmte Vorgaben, ja, und wir haben in unserem Schulsystem, da bin ich jetzt ein bisschen kritisch mit dem System, geht's ja in den, in den Schulaufgaben und so weiter, nicht nur unbedingt darum, was kann ein Schüler, was hat er gelernt, sondern, ich sag's mal drastisch, wie stressfähig ist er, kann er das in einer bestimmten Zeiteinheit, und da wird eben auf die individuellen Begabungen von Schülern bisher leider relativ wenig Rücksicht genommen, in der Waldorfschule sogar noch eher, würde ich mal sagen, als im herkömmlichen Schulsystem. Aber dann war es ja für dich schön, dass du nicht allein damit warst, sondern dass du da andere hattest. Damals wusste ich noch nichts davon, dass andere, das war ein bisschen doof, ja, das war uns damals, also mir war es peinlich, und meine Eltern haben sich dafür voll eingesetzt, Gott sei Dank, aber, ähm, ja, meine Eltern, meine Lehrerin ist auch mittleren Alters gewesen, also wäre möglich, dass sie nicht mehr das umsetzt oder wusste, was Legasthenie genau bedeutet und so. Und wie damit umgehen, das wissen Lehrer dann oft auch nicht mehr. Ja, das wäre gut möglich, weil die hat echt, also die hatte wirklich keine Ahnung, was sie dann, sie hat mir dann irgendwann nach langen Kämpfen, meistens war es, glaube ich, nur eine Viertelstunde Länge gegeben, da war ich dann schon dankbar, weil dann habe ich einen großen Teil mehr geschafft als vorher, und, ähm, aber es hat mir halt trotzdem noch nicht wirklich gereicht und so, und, ähm, ja. Stell dir vor, in England wird das anerkannt, dann bekommen die mehrfachen. Mehr Zeit, oder dürfen sogar mit dem PC das machen, oder bekommen Hilfen. Ja, das ist, glaube ich, in Deutschland auch so, also pflichtmäßig, dass das heißt, Legasthenie, also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Quali mache, dann kriege ich auch wahrscheinlich mehr Zeit. Ich könnte, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich könnte sogar beanspruchen, dass mir die Sachen vorgelesen werden, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber das sollte möglich sein. Aber da hat sich einiges getan. Ja, es hat sich Gott sei Dank einiges getan, nur die Lehrer, manche Lehrer kommen damit nicht so klar und können das nicht umsetzen. Ja, sie sind oft ja auch nicht gerade gelangweilt, die haben ja was mit mehr zu tun, als man sich vorstellen kann. Ja, das Problem war, wir waren 40 Schüler, also die hatten, hatte auch relativ viel zu tun, aber. Ich würde, ich traue mich mal dich zu fragen, kannst du das vielleicht beschreiben, wie du dich gefühlt hast, in diesen Situationen, wo du wusstest, du kannst es eigentlich nicht, also du hast ja sozusagen von vornherein diese Hemmschwelle, wenn ich nicht richtig lesen und schreiben kann, dann kann ich ja alles, was damit zu tun hat, nicht wirklich machen, weil ich im Grunde genommen eine Barriere davor habe. Wie fühlt sich das an? Ja, irgendwie, manchmal war ich schon deprimiert und so, weil ich halt irgendwie dann immer, vor allem wenn man unter Stress steht, geht es noch schlechter, als es bewiesen. und ja, es war eigentlich, es war nicht so schön eigentlich, also, wie soll man das, ja, es ist einfach ein nicht schönes Gefühl, wenn du immer unter Stress stehst und dann noch dich auf was konzentrieren musst, was du eigentlich nicht gut beherrschst, weil du einfach nicht die Möglichkeit dazu hast oder nicht ausreichend Zeit dazu hast, das so zu lernen, dass es dir wirklich an deinen Körper angepasst, beziehungsweise an deine Fähigkeiten angepasst wird und ja, das war schon manchmal also echt nicht so schön, wenn, auch wenn ich dann den Test geschrieben hatte, da hatte ich nur die Hälfte geschafft und dann stand unten in der Waldorfschule, soll es angeblich keine Noten geben, bei meiner Lehrerin stand dann immer drunter ausreichend gut, nicht so gut, da musst du nochmal drüber nachdenken und so und das fand ich nicht so ermunternd und aufmunternd. Ja, glaube ich, ja. Aber du scheinst nicht den Effekt zu haben, dass du, dass es dich in deinem Selbstwert wirklich geschädigt hätte. Nein, ich habe mir nie da, es ist interessant, ich kann Gott sei Dank, also für mich persönlich, ich kann Probleme und so relativ gut bewältigen bei mir selbst und so und ich habe mir gedacht, wenn ich mir da jetzt darüber irgendwie einen Kopf mache oder mich einfach davon überrollen lassen oder so, ist mein Leben quasi für eine Zeit lang zerstört, weil ich einfach dann immer mit dem, Mann, ich bin nicht gut genug, ich packe das nicht und dann kommst du irgendwann selber in so eine Mitleidphase, wo du dir denkst dann und so eine Mitleidphase ist einfach keinem zu empfehlen, das ist, da sollte man sich nie irgendwie, wenn man was nicht kann, dann kann man es nicht und man kann es lernen, wenn man es unbedingt will, aber man sollte niemals denken, dass es einen schlechter macht oder sowas. Ja, wunderbar ausgedrückt, denn ich meine, so einzigartig, wie wir aussehen, sind unsere Begabungen und Talente und wenn ich etwas, was von mir verdankt wird, nicht kann, muss das ja nicht heißen, dass ich nicht was anderes kann, dass ich andere Begabungen habe. Was hat dich in der Zeit unterstützt oder dich gestärkt? Also hauptsächlich meine Mutter und meine Eltern und meine Freunde und so, weil meine Mom hat mir immer geholfen bei den Hausaufgaben und so, also nicht wirklich geholfen, sie hat zum Großteil meine Hausaufgaben gemacht, weil ich kam aus der Schule und ich war einfach, man kann sich vorstellen, ich hatte ein Brett von mir. Ja, logisch, ja. Ich kam nach Hause, endlich Freiheit, oh fuck, ich habe jetzt Englisch, Deutsch, Mathe und dann noch Französisch, Hausaufgaben, ja und dann irgendwann, und ab der sechsten Klasse wurden das halt immer mehr und ja, das war dann, irgendwann habe ich gedacht und dann hat mir irgendwann meine Mom gesagt, dass ich, dass sie mir helft, also sie hat mir irgendwann geholfen, immer, sie saß eigentlich immer neben mir und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich habe einen Teil geschrieben, aber ich kann jetzt nicht mehr und dann hat sie mir geholfen, ja. Ich habe zum Teil auch in der Schule, äh, hat meine Lehrerin auf die Tafel geschrieben, das ging dann ungefähr so. Ja, die schreiben viel, ja. Die schreiben schnell und viel und, äh, ich bin Legastheniker, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, und, ähm, ja, ich habe halt, ich brauche halt, ich kann die Wörter nicht so gut sehen, sondern ich habe halt dann immer für Buchstabe für Buchstabe geschrieben. Und ich war ungefähr, also wirklich wesentlich langsamer. Und irgendwann habe ich gar nicht mehr auf mein Heft geschrieben, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin, sondern habe immer auf die Tafel geschrieben und, äh, geschaut und dann auf mein, in mein Heft geschrieben. Also wurden dann irgendwann die Zeilen wirklich so schräg im Heft und so, weil ich einfach so unter Stress stand, weil die Pause war eine Viertelstunde lang, glaube ich, 15 Minuten oder so, mich nicht alles täuscht. Eine halbe Stunde, ich weiß es nicht mehr genau. Und, ähm, du wolltest natürlich in die Pause, weil du halt auch kurz freiluft, äh, wieder entspannen mit deinen Freunden und unterhalten oder so wolltest. Und, ähm, dann hast du natürlich so schnell wie möglich gemacht und so war es bei mir damals die beste Möglichkeit. Auch wenn danach mein Hefteintrag nicht mehr lesbar war. Wir haben oft Freunde angerufen von mir, ja, ich habe meine Hausaufgaben leider, äh, ich kann ein Wort nicht hinziffern, könntest du mir eventuell helfen und so. Und, ähm, ja. Das war schon, ja, anstrengend. Ich habe das Bild im Kopf, dass, ähm, wenn man ein Eichhörnchen und einen Frosch, wenn man denen die Prüfung gibt, auf den Baum zu klettern, wird es für den Frosch ein bisschen schwierig. Wird es schwierig, ja. Das heißt, er kann nicht zeigen, wie gut er hüpfen kann, springen kann, schwimmen kann. Das heißt, es ist ihm gar nicht möglich, das, was er eigentlich kann, zu zeigen. Was das Schulische betrifft, bei mir nicht, nein. Also, aber so, ähm, ich hatte schon, ich bin ja, ich war tanzen, das ist eine meiner, würde ich behaupten, Begabungen. Mhm. Da, da konnte ich schon, da hatte ich auch ein paar Aufführungen und so. Also, da hattest du Erfolgserlebnisse? Da hatte ich Erfolgserlebnisse, auf alle Fälle. Ja, das ist sehr wichtig. Und, äh, ich spiele auch Trompete, da hatte ich auch Erfolgserlebnisse. Ich habe einen Bundeswettbewerb gewonnen. Wow. Also nicht gewonnen, aber dritten Platz. Also fast gewonnen, fast gewonnen. Aber, ja, und, also ich hatte schon Erfolgserlebnisse, was meine Fähigkeiten betreffen, schon. Aber so das Schulische, so eher weniger, abgesehen davon, wenn ich so sagen würde, handwerklich oder sowas gehört dazu. So, dann zum Teil da auch, weil ich da einfach extrem schnell war, weil ich einfach mit Holz und so und mit einfach Rohmaterialien gut arbeiten kann. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, also da kann man nur sagen, Gott sei Dank hattest du diese musischen Aspekte, die dir zumindest das Gefühl gegeben haben, ich kann doch was und ich bin nicht einfach nur blöd. Ja, das war wahrscheinlich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ist gut, also, dass ich, also da hatte ich auch einen Punkt, wo ich mich auch wieder festhalten konnte oder so und wo ich dann auch mich dann nicht so beeinflussen ließ von der Schule. Also ich möchte alle Zuschauer nochmal einladen, nochmal nachzuspüren, was das bedeutet, wenn man den ganzen Tag in der Schule sitzt, die eigenen Bedürfnisse oder Fähigkeiten gar nicht wirklich zum Tragen kommen können und man dann auch noch das, was einem eh in der Schule schon ständig Probleme bereitet, auch noch zu Hause stundenlang machen muss und damit Kinder gar nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich sich spielend zu erkunden, ihre Stärken zu erkunden und wie gut, dass du dann wenigstens diese Bereiche hattest. Ja, und dann habe ich das Gefühl, hast du eine Form von Schule gefunden, wo du sagen konntest, ach. Ja, auf alle Fälle. Das war meine Traumschule, die Sepery School am Hose. Das war, ich war eben auf der Suche nach den sechs Jahren, bin ich gegangen aus der Waldorfschule und war ewig auf der Suche und habe mich an der Montessori-Schule umgeschaut und so. Und das war ganz interessant, das habe ich jetzt noch in Erinnerung gut, dass ich, da war Tag der offenen Tür an der Montessori-Schule und ich bin da halt, wir sind da hingefahren mit dem Auto und so und wir kommen auf den Parkplatz so. Und dann sieht man halt ein viereckiges Gebäude mitten in der Natur, Holzverschalung in Ordnung, okay, kann man durchgehen lassen, aber es war einfach quasi ein Neubaut. Es war nicht wirklich einladend, es war... Seelenlos? Ja, sozusagen, könnte man so sagen. Es war nicht wirklich so, eher so kühl und so. Wobei ich jetzt, ich war mal nochmal jetzt in letzter Zeit da, es ist ganz, es ist eigentlich ganz nett so, wenn man in den Klassen ist, aber so von außen sieht es einfach nicht einladend aus, äh, ein. Und, ähm, ja, da war ich dann für einen Tag oder so und dann habe ich gesagt, nee, das Park geht auch nicht, weil es ist, es ist leider traurig, dass sich viele Schulen mittlerweile echt, auch die auch alternativ sind und so, sich extrem dem normalen System erinnern und den Regelschulen und so und das ist, finde ich persönlich echt traurig, dass es keine Schulen mehr gibt, die so sagen, also nur noch wenige Schulen, die sagen, ich mache mein eigenes, wir haben unser eigenes System und das ziehen wir durch und da war eben die Seppler, und dann habe ich eben die Seppler School gefunden und da bin ich auch, da war ich an der Tag der offenen Tür da und bin ich reingekommen und da habe ich gesagt, das ist meine Schule. Also ich habe keine Sekunde gezögert, ich bin einfach reingekommen und habe gesagt, da will ich hin. Und was war es, was dir das, diese Sicherheit gegeben hat, dieses Gefühl gegeben hat? Die Atmosphäre einfach, würde ich behaupten, es war einfach so, man wurde an der Tür warm begrüßt von einer Monika Werns und sie, hallo, schön, dass du da bist und so und da bist du einfach mit dem Strahlen reingekommen und dachtest dir so, wow, okay, das ist einfach ein anderes Gefühl, wo auch die Lehrer und so ein ganz anderes Niveau zu dem Kind aufbauen und dann hatte ich da meine Probewoche und so und dann habe ich das System auch richtig kennengelernt und so und das war einfach das perfekte System für mich. Kannst du mal beschreiben, was für dich so perfekt war, was so anders war, als was du sonst kennengelernt hast? Die Freiheiten, dass du einfach zum Teil einfach auch atmen konntest, ohne Probleme und einfach, dass du einfach quasi kommen konntest und dich selber leben konntest, nicht immer vorne der Lehrer stand oder die Lehrerin und einem das eingeprügelt hat, sozusagen, freundlich ausgedrückt. Und wenn man das nicht gemacht hat, gab es Strafarbeiten und nach dem dritten Mal musste man nachsitzen und so weiter und da bist du halt reingekommen, bist angekommen, hast dich in eine Liste eingetragen, dann hast du erstmal deine Freunde getroffen, bist mit denen vielleicht irgendwie rausgegangen oder sowas für ein Stündchen und einfach die Freiheit, das war das Tolle, dass du einfach sagen konntest, ja, heute mache ich mal Englisch, habe ich jetzt Lust einfach dazu, bist zu einer Lehrerin gegangen und hast die gefragt, ja, könnten wir zusammen was lernen und dann hat sie gesagt, ja, was, ein bisschen Englisch würde ich gerne lernen und so. Dann ist die Lehrerin gekommen und hat gesagt, ja, können wir machen, haben uns, hat man sich an den Tisch gesetzt oder so, haben ein Englischbuch aufgeklappt oder so oder haben einfach gesprochen und so und das ist einfach so, wo man sagt, ja, so, wo ich behaupten würde, dass es auch, ich glaube sogar bewiesen ist, dass man einfach aus freien Stücken selber viel besser lernt und schneller und, ja, das fand ich einfach toll, dass man einfach selber entscheiden konnte, was man lernt, wie man lernt und warum man lernt. Und. Ich habe so das Gefühl, bei dir muss eine Last abgefallen sein, als du da hingekommen bist. Ja, auf alle Fälle. Also ich bin auch, ich habe eine Zeit lang echt so von der schulischen Seite her gar nichts gemacht, weil ich mich quasi auch, vielleicht ist es auch nur Einredung, aber ich muss mich einfach auch holen, so quasi wieder ins normale Leben so kurz eintauchen, beziehungsweise so, mich so einfach wieder hochtauchen und so irgendwie wieder auf ein, also sich wieder wohl, um wohl zu fühlen und so und. Also ich kann das total verstehen, ich, dass es nichts Eingeredetes, also wenn du das so stark empfunden hast, dass da deine Belange so wenig berücksichtigt werden konnten, ja, weil bestimmte Vorgaben da waren, die Klassen zu groß, was weiß ich, was da alles für Gründe der Fall waren und du diese, also morgens und nachmittags in diesem Korsett, habe ich das Gefühl bei dir, dich empfunden hast, dass man dann erst mal sagt, oh Freiheit und jetzt mache ich erst mal gar nichts mehr, weil jetzt genieße ich erst mal oder lerne mal wieder ich selbst zu sein, weil es hier erlaubt ist, ja. Und ich glaube, dass das System dann wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, von dir erst mal Zeit gebraucht hat zu glauben, dass du wirklich einfach nur da sein durftest und nicht irgendwelche Ansprüche, Erwartungen erfüllen musstest. Genau, das war eben das Tolle, du wurdest halt da, also man wurde, also man konnte zwar gefragt werden, aber man wurde nie so irgendwie gezwungen, jetzt ist Französisch, jetzt ist Deutsch, da musst du jetzt hin. Wenn du da nicht hingehst, dann musst du ja entweder alles nachholen oder du kriegst eine Strafe, wenn du erwischt wirst oder so, wenn du im Hof hängst oder sowas, weil du nicht nach Hause gehen kannst, weil du danach noch ein Fach hast, das dir zufälligerweise Spaß machen könnte oder sowas, wie zum Beispiel Sport oder so. Auf alle Fälle. Das habe ich nicht gemacht. Nicht? Okay. Ja, auf alle Fälle, das war einfach toll für mich, dass ich dann halt da, ja, quasi auch wirklich selbst wieder finden konnte und so. Ja, ich meine, ich sage gerade, Sport war nicht mein Ding. Da war ich nicht gut. Und das, wo man sich nicht erfolgreich fühlt, das möchte man nicht unbedingt. Es sei denn, man hat vielleicht irgendwann mal später Zugang dazu. Aber wenn ich gezwungen wäre, jeden Tag Sport zu machen, oh Gott, ich hätte gelitten ohne Ende. Wenn ich mir habe Sport, Spaß gemacht. Ja. Jetzt könnte man natürlich von außen kommen und sagen, na ja, also jetzt einfach so selber entscheiden und dann mal was lernen oder nicht lernen oder mit Leuten draußen abhängen. Also wie soll man denn dann bitte schön im Leben zurechtkommen? Da lernt man doch gar nicht genug. Was würdest du solchen Leuten sagen? Da würde ich jetzt dagegen erwidern, es gibt so viele Leute, die ein Abitur haben und dann aus der Schule rauskommen und einfach wie wenn eine Schlucht unter ihnen aufgemacht wird und erstmal jahrelang runterfallen, weil sie nicht wissen, was sie machen können, weil sie kein Selbstbewusstsein haben, weil sie immer gepaukt haben, eingetrichtert und gelernt und nie so quasi sich selbst kennengelernt haben oder einfach Spaß gehabt haben, würde ich behaupten und so und ja, würde ich dazu sagen, dass man als in der Schule einfach so quasi leben lernt quasi. Weil Schule, würde ich jetzt behaupten, ist kein mögliches, also wenn man keine Schwierigkeiten hat, dann schon, aber wenn man Schwierigkeiten hat, ist das einfach kein Leben. Sondern es ist einfach immer nach Luft schnappen und hoffen, dass du nicht erstickst oder sowas. Und in der Schule habe ich, also würde ich auch behaupten, haben viele gelernt einfach quasi zu selber zu sein und sich selber eigene Entscheidungen zu treffen und nicht immer von der Lehrerin, morgen fahren wir da hin und da schauen wir uns das an und so weiter. Sondern ja, ich würde gerne, ich zum Beispiel, ich habe auch, ich fahre leidenschaftlich gerne Ski und das wäre bei meiner Schule niemals gegangen und da ging das eben und da habe ich dann einfach gesagt, ja okay, ich würde jetzt gerne mal mit der Schule, also mit einem Teil der Schule, weil alle wollten nicht, aber mit einem Teil der Schule gerne einfach mal Skifahren gehen. Und? Und da habe ich dann gelernt, dass man eigentlich einfach, dass ich das selber machen kann. Ohne große Hilfe und so, da habe ich dann da angerufen, die ganzen Sachen zusammengerechnet, wie viel Geld ich von den Leuten bekomme, damit ich das zahlen kann und wo ich da am sinnvollsten hingehe, wer da mit uns fährt, wie viel das Benzingeld und so weiter. Und das würdest du jetzt zwar in Teilen auch in der Schule, in der normalen Schule lernen, aber so nie so live und so, wo es dann sagst, ja das hat jetzt Spaß gemacht, ich mache das wieder, ich mache das dieses Jahr wieder. Ich habe das jetzt schon drei Jahre in Folge gemacht. Also allein organisiert, alles geklärt? Allein organisiert, ich muss jetzt, ich habe es wieder vergessen heute, hätte ich noch anrufen sollen da und mich uns ankündigen, aber das mache ich morgen, da werde ich dann da anrufen und dann wieder das organisieren und sowas würde ich behaupten, lernt man nicht wirklich in einer anderen Stunde. Ich habe es nicht gelernt, ich habe es dann als Lehrer fürchterlich gefunden, wenn ich was organisieren musste. Auch eine Frage vom Talent, manche können das gut, manche können das nicht so gut. Scheint eins deiner vielen Talente zu sein. Vielleicht, ja. Und was habt ihr dann noch so, was hast du noch in der Schule so gemacht? Ja, wir haben viel gemacht, also wir haben auch viel gespielt. Ich finde persönlich das Spielen das Wichtigste ist, was man einem Kind nicht wegnehmen darf, spielen. Und so lange wie möglich wir spielen, da lernt man so viel im Spielen. Deshalb, wir haben zum Beispiel Capture Flag, war einer unserer Lieblingsspiele von der Schule, da sind wir immer in den Wald gegangen. Und ich kann kurz erklären, dass Capture Flag, da hat man zwei Flaggen, zwei Teams und das eine Team muss versuchen, die andere Flagge von einem gegnerischen Team zu kriegen und zu seiner Flagge zu bringen und muss verteidigen, die Flagge, genau. Und das haben wir ewig lang gespielt. Das wurde uns auch von einem, ähm, einem Besuchs, also das war kein Schüler mehr, das war mittlerweile schon, das war aber auch kein Mitarbeiter, das war, der war aus, ähm, Israel, der war, da war auch eine, der kam von einer Suburbaneschool. Die haben ja viele demokratische Spiele in Israel. Genau, in Israel haben die sehr viele, das finde ich auch toll an dem Land. Und, ähm, der hat uns auch so ein paar Sachen beigebracht und so und hat uns eben auch dieses Spiel mitgebracht. Und seitdem haben wir das so viel gespielt, da sind wir dann immer, also, das habe auch zum Teil ich immer organisiert und so, ähm, sind wir einfach in der Früh alle angekommen und dann bin ich erstmal durchs ganze Schulhaus gerannt und hab gefragt, ja, wer hat Lust mit Capture Flag und das zu kommen und zu spielen und dann, ja, waren wir doch immer so 10 bis 15 Leute und dann sind wir erstmal da hingegangen und das war, würde ich behaupten, Hochleistungssport. Was wir gerannt sind, weil wir haben halt, das Tolle an der Schule ist, es gibt keine Altersbegrenzung, also schon Altersbegrenzungen, aber halt so keine Klassen so wirklich, sondern du bist einfach mit einem Sechsjährigen und mit einem, ähm, 18-Jährigen in einer, in einem Zusammen-Dasein, in einer Gemeinschaft. Und, ähm, dann musstest du halt, dann musstest du schon mal rennen, wenn ein 18-Jähriger hinter dir hergelaufen ist, der dann doch leider zwei Köpfe größer war. Und, ähm, ja, und dann, wir haben viel so Spiele gemacht und, ähm, wir haben auch viel so nebenbei, man lernt ja so eigentlich im Alltag auch sehr viel, so, keine Ahnung, wir waren einkaufen, da mussten wir aber ausrechnen, weil einer hat das Ganze gezahlt, weil die anderen ihr Geld vergessen hatten oder so, dann lernt man auch einfach so kurz mal rechnen, ohne dass man eigentlich... So ganz nebenbei. So nebenbei, ohne dass man groß so sagt, jetzt hat Heft auf und jetzt rechnen wir. Ja. Sondern, oder, ähm, du möchtest irgendwo hinfahren und dann liest du halt oder sowas. Aus dem Praxisbezug. Genau, einfach Praxis. Ja. Und, ähm, ja, das ist einfach das Tolle an diesem System, weil das macht halt einfach alles Spaß, weil du es halt selber machst und freiwillig und so. Also ich habe gerade noch gedacht, wenn ihr da in Gruppen mit, ähm, sechsjährigen, 18-Jährigen, das sind ja nun sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch sehr viel mehr Rücksichtnahme auch auf schwächere lernt. Auf alle Fälle, wir waren wie so eine, es gab auch ein Justizkomitee, aber wir waren wie eine Gemeinschaft und das Justizkomitee war eben quasi unsere Richtlinie, quasi. Wir hatten ein Regelbuch und die Regeln mussten eingehalten werden, sonst hatte man, konnte derjenige zum Beispiel, wenn man jemanden geschlagen hat oder so, ähm, dann konnte derjenige, der geschlagen wurde, eine Anzeige schreiben und konnte die dann ins Justizkomitee einreichen und die hat die dann bearbeitet, hat den, äh, Kläger und den Zeugen, nee, nicht, ja, doch Kläger, Zeugen, man konnte Zeugen aufschreiben und, äh, den Angeklagten, dann wurden die reingerufen und wurden gefragt, warum hast du das gemacht, äh, gibst du zu, dass du das gemacht hast oder stehst du dafür und so und das hat einfach auch ein ganz anderes Sinnbild, weil früher hast du dann, also in meiner Schule wurde dann, ist die Lehrerin gekommen und hat gesagt, ja, Verwarnung, bumm, okay, ist eine Strafe, aber die ist eigentlich nur anstachelnd im Prinzip und dann hast du eine Verwarnung bekommen und dann hast du gesagt, okay, der Typ hat mich verpetzt, das ist ein Vollidiot, den schlage ich jetzt erst recht zusammen oder sowas und da hast du halt so die Möglichkeit, das war halt, wurde so fair geregelt, also der musste dann halt zum Beispiel eine, eine Spülmaschine ausräumen und so und wenn man, und man wusste, es gab halt bestimmte Regeln und so und dadurch wurde ein Sozialsystem aufgebaut, das einfach einzigartig war, fand ich, ja. Ja, das hat mich gerade nochmal beschäftigt, dass wenn Strafen von irgendwo herkommen und die den Sinn nicht, aber in so einem System, glaube ich, besteht eher die Chance, dass Schüler sich gehört fühlen. Ja, auf alle Fälle. Und auch das Gefühl haben, sie können dann was bewirken, genauso wie die Regeln ja in der Schulversammlung. Ich war fast ein ganzes Jahr Justizkomitee Vorsitzender und ich habe die ganzen Fälle geleitet und so und es war auch eine sehr interessante Erfahrung und dann warst du quasi, also nicht wirklich wie ein Richter, aber du warst so quasi, hast so im Prinzip so quasi für die Gerechtigkeit sorgen können in dieser Schule und es gab auch nie irgendwelche unfairen Sachen oder so, wo man gesagt hat, ja das war jetzt nicht fair, weil das einfach, ja irgendwie unberechtigt war oder so, sondern weil es wurde immer ganz fair, wenn der eine gesagt hat, ja eigentlich, ich habe ihn nicht geschlagen oder so, der hat das einfach nur geschrieben und dann wurde der andere auf Herz und Nieren gefragt, hast du das wirklich nur geschrieben, weil du ihn nicht magst oder weil du, keine Ahnung, dann und dann meistens haben die dann mit der Wahrheit rausgerückt oder man hat, hat sich bestätigt, dass er ihn wirklich geschlagen hat oder so und in der Schule würde man da gar nicht groß nachfragen, hast du ihn wirklich geschlagen? Nein, du hast eine Verwarnung. Fertig. Aber ich glaube, es ist auch nicht ganz einfach, Recht zu sprechen, oder? Es ist nicht einfach, nein, es ist schon manchmal, aber man macht sich im Prinzip keine Feinde in der Schule, weil es ist einfach, also die Schüler wussten, dass dieses Justizkomitee lebenswichtig ist in dieser Schule, weil ohne dieses System kann man halt quasi, wäre es halt zu frei quasi, also nicht zu frei, aber es wäre, es würde einiges schief gehen und es gäbe Feinde und so. Im Zusammenleben, da wo die Freiheit des einen aufhört, hört da auf, wo die des anderen anfängt, also muss irgendwie ein Miteinander möglich sein und das durch Regeln, aber die nicht von oben bestimmt sind, sondern die eben gemeinschaftlich beschlossen werden, die auch geändert werden. Genau, das wurde eben auch, dieses Regelbuch wurde auch eben von einer, von der Gemeinschaft der Schule beschlossen, also es gab zum Beispiel, irgendwann hat es Leute gestört, dass man im Gang gerannt ist. Dann gab es eben auch die Schulversammlung, da konnten alle hin, also es gab eine verpflichtende Schulversammlung, da mussten alle hin, aber es gab die öffentliche Schulversammlung, da konnten auch alle hin, aber mussten nicht und da gab es dann irgendwann den Antrag, dass man im Gang nicht mehr laufen darf. Da waren viele mit einverstanden, weil halt das einfach extrem nervig ist, wenn man an den Zimmern vorbeirennt, wo dann jemand arbeitet oder so und genau und da haben wir dann, die Regel wurde dann erlaubt und genehmigt und dann, ab jetzt durfte man dann nicht mehr im Gang laufen und so und da waren alle einverstanden, weil das hat die Gemeinschaft entschieden. Es gab Leute, die haben gesagt, ja okay, nee, eigentlich will ich es nicht, aber die Mehrheit hat dafür gestimmt und so und dann haben die das auch berücksichtigt, weil ja, es wäre nicht sinnvoll, gegen die Regeln zu verstoßen. Ja, während sonst ja im System oft Regeln vorhanden sind, die aber nicht wirklich geachtet werden, was ich immer ziemlich scheußlich fand. Wenn du aus deinen Erfahrungen freie Hand hättest und könntest unser Schulsystem umkrempeln, wie würde deine Traumschule aussehen? Oder vielleicht gar nicht mal Schule, wie würde für dich Bildung oder Lernen oder sowas aussehen? Auf alle Fälle müsste es freiheitlich sein. Also man müsste wirklich die Freiheit dazu haben, man müsste wirklich selber entscheiden können, ob man das jetzt machen möchte oder nicht. Im Prinzip, muss ich ehrlich gestehen, war die Sudbury School für mich eigentlich perfekt. Also die war die perfekte Schule. Das System war eigentlich genau, ja wirklich perfekt, war perfekt. Also ich könnte mir, diese Schule wäre meine Traumschule. Und die ist ja dann geschlossen worden? Ja, leider. Wie war das für dich? Traurig. Also wirklich traurig, weil ich habe nicht verstanden, dass man eigentlich so eine, also wirklich, wir sind nicht die Erwachsenen oder die Leute, die hinter der Schule standen, sind demonstrieren gegangen, sondern wir alle. Also wirklich die komplette Schulgemeinschaft, als sie geschlossen wurde und so. Und ja, die Gemeinschaft war einfach so toll und ich habe das nicht verstanden, warum die Regierung diese Gemeinschaft zerstören musste oder unbedingt wollte. Klar gibt es da Leute, die dann einfach anders denken, als die Regierung gerne hätte. Einfach irgendwie alternativ denken oder freiheitlich mehr. Das ist natürlich nicht gut für das Image von dem System in Deutschland, Bayern etc. Und ja, natürlich würde es dann vielleicht auch, wenn das Denken von den Leuten, die dann alternativ denken, schlecht ist, nicht wirklich gut für die Regierung sein. Aber dieses, ja, ich fand einfach, es war einfach überflüssig, diese Schule zu schließen einfach. Weil man hat bestimmt über 200 Leuten einfach den Traum zerstört. Wie wenn man mit einem Hammer auf eine Glasscherbe schlägt, beziehungsweise auf ein Glas. Und es zersprengt einfach in tausend Teile. So war es für mich, fand ich. Also das war echt nicht schön. Und als die Schule geschlossen hat, hast du da schon die Schulpflicht erfüllt? Leider noch nicht. Was heißt leider eigentlich, war ich froh, dass ich meine Schulpflicht nicht erfüllt hatte, weil ich eben in dieser Traumschule war. Ja. Aber als sie geschlossen wurde, ja, da gab es dann auch die tolle Ankündigung, wenn jemand noch in die Schule gehen würde, in die Suburbschool, müsste die Schule 10.000 Euro Strafe zahlen. Also das war ein Tag nach dem, ich glaube das waren Sommerferien. Und einen Tag vor dem Beginn der Schule, Schulzeit wieder, hat die Schule, glaube ich, einen Brief bekommen, dass sobald die Schule geöffnet würde, müsste die Schule 10.000 Euro Strafe zahlen. Beziehungsweise wenn jemand die Schule besuchen würde und so. Und ja, klar, sind wir natürlich alle daheim geblieben, weil wir wollten nicht 10.000 Euro Strafe zahlen. Und da warst du wie alt, als die Schule schloss? 14? Da war ich, das muss ich gleich überlegen, ich bin jetzt 16, dann 14 war ich dann, genau. Und wie hast du dann die Schulpflicht weiter erfüllt? Also erstmal habe ich komplett gestreikt, weil ich habe das nicht, also ich war, also ich bin wirklich erbost. Ich war wirklich, ich habe gedacht, wenn ich jetzt halt irgendwas unternehmen könnte, egal ob es erlaubt ist oder nicht, ich hätte es gemacht. Wenn die mir jetzt gesagt hätten, irgendwie ich, ich weiß es nicht, ich werde jetzt nichts Detailliertes sagen, weil sonst kriege ich vielleicht Probleme. Aber ich hätte wirklich, ich wäre, ich wäre nach Asien gelaufen, um die Schule wieder zu öffnen, weil es einfach, dieses Erlebnis, Freiheit zu erleben, beziehungsweise in eine Gemeinschaft zu kommen, wo du respektiert wirst, wo du selbst sein kannst, ohne den anderen was vorzuspielen oder so, weil du zum Beispiel, ja, weil du einfach nicht denen passt oder sowas, gibt es nicht so oft. Gibt es wirklich seltenst. Und deshalb war ich umso mehr erbost, als die, dieser Brief ankam und habe echt gedacht, die haben irgendwie eine Schraube locker. Und ja, seitdem, und dann habe ich eben total verweigert erst. Und dann kam mir eben das Schulamt mit Bußgeld und so weiter. Und da wollten dann meine Eltern nicht mehr dagegen verweigern oder ins Gericht gehen, weil das konnten wir uns nicht wirklich, also leisten. Und wir wollten es auch nicht zahlen, weil es wäre dann nur wie Geld an den Start gewesen, auf alle Fälle. Und dann habe ich so getan, als würde ich suchen eine Zeit lang und habe versucht, noch mehr Zeit rauszuschinden und so. Und dann irgendwann habe ich mich auch krankgeschreiben lassen und so wegen, ja, einfach, weil ich gesagt habe, ich kann nicht in der Schule gehen. Ich werde nicht in der Schule gehen, weil ich habe meine Schule gefunden und die wurde mir weggenommen. Und ja, das habe ich nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Und deshalb habe ich auch gesagt, nö, ihr kriegt mich nicht mehr in die Schule. Am Ende haben sie mich doch in die Schule gekriegt, leider. Wohin? In Landsberg in der Förderschule. Da bin ich dann hingegangen, weil es da einfach, ich wollte die Schulzeit rumkriegen einfach. Aber erst mal habe ich wirklich verweigert, dann habe ich mich krankschreiben lassen. Es war bestimmt ein halbes Jahr, habe ich damit rumgekriegt, Gott sei Dank. Und dann sind sie mir eben mit Bußgeld Bescheid, beziehungsweise das ärztliche Test wurde zum Teil dann irgendwann nicht mehr wirklich anerkannt, weil die halt gerochen haben, was ich mache und so. Und dann musste ich mich da anmelden. Und dann habe ich erst mal geschaut, ob es doch noch eine Schule gäbe, die der Sudbury School nahe käme. Also wo man sagen würde, ja, das kann diesem System ähneln. Aber in Bayern gibt es keine andere Schule, die diesem System ähnelt. Das ist leider das große Problem an Bayern, dass die diesen Weg gehen und das hier geht nicht. Auf alle Fälle bin ich dann, war ich auf der Suche, war wieder auf der Montessori-Schule und da habe ich dann auch, war ganz positiv so, aber irgendwie war es halt doch noch so, zack, zack, das muss, also du hattest da einen Stoff, den musst du lernen, egal wie. Du hast die Freiheit nicht mehr. Aber du hast die Freiheit, wann du es machst. Also du musst es am Ende quasi des Jahres haben, beziehungsweise auch unter der Woche musst du ein bestimmtes Lernprogramm abgeschlossen haben. Und wenn du das nicht gemacht hattest, weiß ich nicht, was dann passiert wäre, weil ich bin da schon, ich bin da einen Tag hingegangen und danach nicht mehr. Weil, ja, es war nicht, war auch nicht wirklich so mein Ding. Dann habe ich geschaut, dann gab es die Schlossbergschule, das ist die verantwortliche Schule für mich damals gewesen. Und habe da geschaut, ob ich da vielleicht überleben könnte. Aber das war einfach erschreckend. Du meinst wirklich überleben, ne? Ja, ich meine überleben, ja. Aber da war es dann, da wäre ich, glaube ich, innerhalb von Sekunden gestorben. Das war echt erschreckend. Die Schüler da, die waren irgendwie, ich weiß es nicht, woran es lag. Entweder lag es einfach an der Schule, ich gehe davon aus, dass es an der Schule lag, nicht an den Schülern. Auf alle Fälle waren die Schüler alle so auf, ich kann es nur jetzt in den Worten fassen, also nicht erklären. Nein, so, die Schüler sind halt so gekommen, ey, yo, gib mir Geld oder so, sonst haue ich dich zusammen oder sowas. Das ist jetzt übertrieben, so war es nicht. Aber so das Beispiel, damit man so ungefähr denkt, weiß, wie das ist so. Also nicht diese Gerechtigkeit, dieses, dass die Grenzen des anderen erkannt werden. Nein, nicht die Gemeinschaft, so. Wenn jemand was falsch gemacht hatte und der andere davon Nutzen ziehen konnte, wurde der einfach verpfiffen oder sowas. Und das habe ich innerhalb eines Tages mitbekommen. Und das fand ich echt krass. Und da habe ich gesagt, nee, also da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Auch nicht elf. Und wenn du jetzt mal so schaust, warst du aus diesen, ja leider nur zwei Jahren oder an einem Jahr, wie lange warst du an der Sudbury-Schule? An der Sudbury-Schule war ich, glaube ich, doch zwei Jahre. Was nimmst du aus dieser Zeit für dein Leben mit? Nur Schönes. Wirklich nur Schönes. Aber detailliert so gute Freunde. Freunde, die so wirklich ehrlich sind. Hatte ich zwar davor auch, aber da habe ich nochmal so anderes Level von den Freunden kennengelernt. So quasi, wo man auch wirklich so, ich hatte manchmal ein paar Freunde, die so irgendwie immer mir so empfohlen haben, du musst lernen, sonst wirst du im Leben dann nichts erreichen und so und so. Also, okay, die hatten recht. Mag sein, dass ich, wobei, nicht mal wirklich hatten sie recht. Nicht mal wirklich. Weil ich habe bis jetzt immer noch was erreicht, ohne einen Abschluss zu haben. Und, ähm, ja, das war einfach, die Freunde haben mich einfach akzeptiert. Die haben gesagt, ja, du bist der Christian. Du bist so, wie du bist. Fertig. Du hast keine, du hast Makel. Aber die akzeptieren wir. Was heißt Makel? Schwierigkeiten. Schwächen und Stärken. Korrekt, genau. Ja. Und das heißt, also mein Eindruck ist, dass du sehr genau für dich spürst, was für dich passt und was nicht für dich passt. Ja, mittlerweile schon, ja. Ja. Und, äh, könnte es sein, dass das auch an der Sackwischule liegt, dass du einfach für dich die Zeit hattest zu spüren, was passt, was passt nicht und dir das auch zugestehen zu können? Auf alle Fälle. Weil ich habe einfach zwei verschiedene Seiten kennengelernt. einfach den Druck und die, ja, eigentlich einfach den, wo du immer so, bleib unten, bleib unten, bloß nicht hochkommen. Und dann bei der anderen, wo einfach nach oben wegging, wo du einfach sagen konntest, und du warst quasi frei. Ja, einfach, du konntest, ähm, ja. Ja. Das war toll. Ja. Ja, ist schön zu sehen, wie du so bei dir bist und das sehr genau spürst. Und ich habe auch das Gefühl, dass du sehr viel mehr Vertrauen hast, dass dein Weg sich schon für dich gestaltet. Auf alle Fälle. Weil du hast ja viele Fähigkeiten, das haben wir ja schon so ein bisschen mitbekommen. Nicht unbedingt die, die im Lehrplan stehen, aber andere sehr wichtige Fähigkeiten und Talente. Und kann man gespannt sein, was du dann noch entwickelst. Jetzt wahrscheinlich mit einem anderen Selbstvertrauen, nachdem du diese Freiheit kennengelernt hast. Und ich denke, da sind wir einer Meinung, dass wir einfach nur allen Kindern diese Möglichkeit der Freiheit, das sich Selbstfindens wünschen können und alle nur ermutigen können, in diesem Sinne, ja, selbst zu schauen, wie frei sind wir eigentlich als Eltern oder Lehrer auch selbst. Wo folgen wir wirklich unserem Gefühl und unserer Freude und der Leichtigkeit? Und wo folgen wir immer noch Wegen, die nicht wirklich unsere eigenen waren? Ja, Spaß ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was man haben sollte im Leben. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.